Also, ich fass es noch gar nicht. Ich bin so aufgeregt, hier zu sein. Jetzt bin ich in dieser Traumstadt. Diese ist mir als ausgezeichnet empfohlen worden. Traumstadt? Was soll das? Steigen Sie aus. Ja, die Kleine wird immer noch vermisst. Was ist los? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich frage mich, wo Sie unterwegs waren, Mulholland Drive. Kommen Sie, das wird genauso wie im Film. Wir werden so tun, als wären wir jemand anderes. Silenzio. Es ist eine Illusion. Ich weiß, dass du vor etwas Angst hast. Wo soll das hinführen? Mulholland Drive. Es war ein eigenartiger Tag. Und er wird noch eigenartiger. Silenzio. Was soll das? Vielen Dank.